Na, wo tut's denn weh? Hat mich jemand angepiept? Art des medizinischen Notfalls angeben. Na, wo tut's denn weh? Ich hab sie bereits durchgecheckt, Commander. Wollen Sie noch ne Untersuchung? Kopf drehen und husten. Na, bereit für ne Wäsche? Sein EKG wird schwächer. Gib mir einen DFIP. Standard. Klar. Er ist tot, Jim. Ärztliche Hilfe gefällig? Bin schon dabei. Schon unterwegs. Jawohl. Bin schon dabei. Bis zum nächsten Mal. goal daí. Meanwhile sie туда. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.